Die wieder... ...ergadam. Ihr wisst, was das heißt. Geschlagen, ein wenig mehr zu bereiten. Können wir das auch? Jawohl. Und hier können wir auch nicht speichern, ne? Ne, leider nicht. Wäre ja ganz nutzlich. Okay. Ach, wir brauchen die anderen wieder dafür. Jawohl. Und noch ein Wechsel. Ne. Doch, wir brauchen dich. Da oben. Sieht er gerade? Genau deswegen. Ach so, ihr kommt jetzt hoch. Alles klar. Haben wir gar nicht so schnell gesehen, dass wir hier dadurch einen Weg geschaffen hatten. Hier müssen wir durch. Und somit sind wir schon vom Weg abgekommen, wie es aussieht. Oder? Ne, doch noch nicht. Noch alles richtig. Oder? Genau. Noch also sind wir auf dem Weg. Somit auch der Richtung. Wieso sehe ich jetzt an den Gold? Ach so. Jetzt auch alle in lila? Nein, leider nicht. Schade. Jetzt müssen wir hier runter. Ach ne, zerschlagen können wir das trotzdem. Warte mal. Dann konnten wir doch auch... ...hier das hauen, oder nicht? Genau. Da unten ist ein Minikit zu sehen. Schauen wir gleich mal, ob wir da rankommen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist hier im Wasser. Und Wasser ist nicht, wie ihr seht. Dann ertrinken wir. Okay, somit kommen wir da nicht ran. Oder hiermit. Nein. Wir haben auch keinen Bogenschützen mit. Einmal. Zweimal. Und dann dreimal. Da ist noch was Niedernis drinne da. Hinter. Oder? Jawoll. Mit wem können wir denn... Mit dir können wir Feuer machen? Tatsache der... Nee. Auch nicht. Dann raps ja nur noch du. Auch nicht. Wie kommen wir denn jetzt? Da. Dran. Vorbei. Ach. Ach so. Ach so. Ach so. Ja. Alles klar. Stimmt. Der hat doch hier eine Zwille. Oder Steinschleuder auch. Nennt es wie ihr wollt. Wir kommen hier lang. Das ist gewollt. Zerstören. Okay. Und jetzt? Gut. Hier können wir angeln. Was holen wir da jetzt raus? Nix. 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 Ach so. Ja, klar. Wir brauchen natürlich auch was, was wir anzünden können, damit wir das rüber tragen können. Natürlich. Natürlich. Da stand der Kölb hier aber auf einer langen Leitung. Nein, 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 nein. Wir haben uns noch nicht, glaube ich, verirrt. Ich will einfach, um meinen Sämpf dazu gehen. Was soll ich denn? Okay. Ach so. Okay. Ich verstehe. Glaube ich. Nein. Du kannst mal deinen Ring wieder abnehmen. Indem wir das auswählen. Hat nicht geklappt. Indem wir das auswählen. Genau. Oh. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollen wir. Ja. Da habe ich einen kleinen Moment gezögert. Ich wusste nicht, ob wir hier rüber müssen. Oder hier rüber können überhaupt. Deswegen habe ich gezögert. Okay. Wir holen uns die Münzen. Haben wir. Nein. Hat ausgereicht. Lasst mich. Durch, Leute. Verdammt. Wir brauchen Bilbo. Bilbo. Nein. Ähm. Dich wollen wir. Aber. Ja doch. Einmal. Oh. So. Da könnten wir nur mit Gandalf lang. Den haben wir jetzt gar nicht dabei. Also hier lang. Da sind die anderen Zwerge wieder. Der Weg. Er ist verschwunden. Wir gehen weiter nach Osten. Und wo ist Osten? Wir haben die Sonne verloren. Die Sonne. Wir müssen sie finden. Was kann ich sagen? Die Sonne. Die Sonne. Wir müssen über die Baumwipfel hinaus. Ich sehe einen See. Und den einsamen Berg. Wir sind fast da. Hört ihr mich? Ich weiß, in welche Richtung wir gehen müssen. Okay. Jetzt geht es drum, die anderen zu befreien. Aber vorher wird natürlich, äh wie immer, gespeichert. So. Kleiner Bilbo. Dolce B, wenn du den Ring trägst, um den Geistmodus zu aktivieren. Im Geistmodus bist du für andere unsichtbar. Schleiche dich an und drücke X, um anzugreifen. Okay. Erstmal. Hallo. Wollten wir ihn hier nicht befreien? Echt nicht? Ich dachte, wir könnten ihn irgendwie befreien mit unserer Klingel hier. Netz aufschneiden oder so. Aber nee. Geht echt nicht. Ja, haben wir verstanden. Ich will das da vertauchen. Genau. Und das. Jetzt sind wir da dran vorbei. Oder was? Hast du dich? Hast du dich? Wo ist der Name? Stich. Hm. Haben wir ihn da jetzt rausgekriegt? Nee, immer noch nicht. Wieso kriegen wir ihn da nicht raus? Ah, jetzt. Von ganz alleine. Okay. Die haben wir auch beiseite geschafft. Bilbo, du gehst vor. Oh, haben wir ihn zum Absturz gebracht. Hoffentlich überleben sie das. Sind ja nur Legosteine, ich weiß. Und los. Und durch da. Oh. Da haben wir noch einen Pils. Die kleinen Spenden, die verfolgen uns. Wir stellen natürlich kein Problem von uns. Oh, da. Okay, das hat's ja gebracht. Und das hat's mega gebracht. Und drüben. Okay, wir müssen wieder den Ring benutzen. Und Nummer eins. Und Nummer zwei. Okay. Okay, wir nehmen natürlich alles weiter auseinander. wieder mal... wieder mal befreit. Ich glaube, wir befreien sie. Und töten sie nicht. Oh. Alles klar, da sollen wir weg. Ist das noch auf unserer Seite? Ja. 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 Da hat der Köln mir zu früh gedrückt. Okay, wir räumen natürlich... Hey. Was war das denn? Na, da waren wir doch gar nicht dran, oder? Falle dir das nah. Und den Ring. Na, aber... Wir rächen uns. Zack. Und erwischt. Wie ich spinnig leiden kann. Okay. Okay. Biss halten. Weiter laufen, los. Nein. Ist dann... Hey! Glaubt nicht, ich würde euch nicht töten, Zwerg. Es wäre mir einfach nie. Los, los! So, und weiter geht's. Jetzt haben sie uns sozusagen angekesselt. Hallo, können wir das jetzt? Ihr könnt die auch schlagen, so ist es nicht. Also nicht nur ich. Wie soll denn das gerade? So. Ich will natürlich erstmal so viel Münzen einsammeln, wie es geht. Vorspeichern wir schnell. Aber mit Wortsätzen natürlich. Was für eine Frage. Nein, nein, geh weg da. Aus dem Weg. Haben wir alles? Nein. Los da. Geh weg du wieder. Okay, haben wir auch. Ach, alles klar. Damit wir... Was haben wir jetzt gemacht? Und das weggeschlagen? Und nun? Ach so, jetzt können wir erst damit bauen. Ach sooo. Sieh meine an, wir lernen es aus. So soll's doch sein. So, wir müssen mal hier auf einen von den Elben wechseln. Denn nur die haben das Mega-Können hierfür. Und auch so in die Lichter. Okay. Gehen wir da hoch und... Oh, x, x, x... Oh, und oh. Hey. Ne Wand. Ne Wand. Wie kommen wir da durch? Können wir nicht spielen? Ne, ne? Bin ich auch nicht frei jetzt. Schade. Das wär's ja gewesen. Ja, kaum kommen wir da runter. Werden wir auch gleich gefressen, so mäßig. Den müssen wir erst mal hier. Und ab dafür. Oh Gott. Kommen wir. Was ist das im Medikit-Kommen? Und wir haben dich. Wollt ihr mich nicht durchsuchen? Komm schon, bitte. Wie habt ihr das? Es wurde mir geschenkt. Nicht nur ein Dien, sondern auch noch ein Lügner. Ein Winn, nur ein. Und ja, leider ist es Tatsache so schnell. Und wir sind fertig mit Fliegen und Schwinnen. Der Legolas ist jetzt auch verfügbar. So wie die Tauriel. So, und natürlich auch wieder Charakter zum Kauf. Obwohl wir noch nicht einen einzigen gesehen haben, den wir kaufen können. Aber das Prinzip kennen wir aus Lego. Herr der Ringe. So, den haben wir wieder einmal nicht geschafft. Obwohl wir uns doch ziemlich angestrengt haben, sind wir bei 90% stehen gewesen. Okay. Ist typisch. Im Minikit haben wir gar keine. Somit eine Maulrunde. Aber Ereignisse und Masse haben wir freigeschaltet. Dafür, dass wir nicht selber freigeschaltet haben. Okay. So, und weiter geht's. Eure Reise mag den Anschein eines hehren Ziels haben. Ich selbst vermute hinter eurem Handeln. Ihr weniger edle Beweggründe. Ihr sucht den Arkenstein. In diesem Berg gibt es Edelsteine, die auch ich begehre. Ich bin ganz hoher. Ich werde euch gehen lassen. Wenn ihr mir zurückgebt, was mein ist. Ich glaube nicht, dass Thranduil, der große König, sein Wort hält. Auch wenn uns das Ende aller Tage bevorstünde. Ich warnte euren Großvater. Doch er wollte nicht hören. Bleibt hier, wenn ihr wollt, und verfault. Hundert Jahre sind nur ein Wimpernschlag im Leben eines Elben. Ich habe Geduld. Ich kann warten. Ja, aber unsere Freunde natürlich nicht. Hier haben wir so eine Adlerstatue. Wir können ja eben einmal kurz reinschauen. So würde das Prinzip aussehen. Wir sind hier. Wir würden uns eine Adlerstatue suchen. So wie diese hier. Und würden dann durchaus mal dahin reisen können. Wollen wir natürlich jetzt gar nicht. Denn wir müssen da hin. Und da wollen wir auch lang. So, Open World. Open World. Und dann können wir auch einfach durchflitzen. Nachtwache nicht längst da sein? Ach ja. Niemand kann erwarten, dass wir noch länger Wache schieben. Ich fürchte, ich schlafe ein, sobald es dunkel wird.